Ich sehe deine Shit-Nachricht erst jetzt, aber ich habe es trotzdem vorher geschafft. Krass, ey. Ich will hier nicht gezielen, ich will hier nicht gezielen. Nee, ich kann nicht mehr. Aha. Oh! What the fuck, ey. Das kann ich mir so gut vorstellen. Fuck. Nein. Nein! 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 Hilfe! Nein! Was war das denn, bitte? Ich kann nicht mehr. So. Jetzt hier deine wunderschönen Bäume begutachten. Meine, wasse... Bäume? Das ist ein Kniss. Sorry. Ich brauche keinen Yoshi. Feder. Rüber. Feder, Feder, Feder. Was habe ich getan? 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 Nein! Scheiße! Nein! 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 Was soll ich tun? Du... ... oh meinst du... ... Jahrhuehuehuehuehuehuehue. Hahahaha! Hahaha! 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 Ja... ... ... Hahaha! Finish him! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein! Was ist das? Das sieht aber schon ziemlich stark gebrenzt aus. Oh, wie geplant. Ich muss das wahrscheinlich schneller machen. Eins, zwei, drei, hoch. Ich meine, hier könnte ich ja Damage machen. Wo ist denn, wenn es danach geht? Checkpoint! Checkpoint? Yoshi! Nein! Kann ich mir nicht verkneifen. Muss rein. What the fuck? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Get out! Abonniert us!